Whaaat? Wo käme denn jetzt die hier? Domino Day! Kennt denn noch wer? Magmativen! Huchze ein Stück! Alter, ein geiles Schluss! Oh ja! Ja, wir sind die Magmativen geschafft. Der Wald unter das Magma erstreckt sich bis in den Tiefen, den Untergrund. Na? Es gibt einen... Vielleicht weiß man dort etwas über den Königser. Wo muss ich dann? Oh nein! Ziehen! Oh nein! Oh nein! Was? Woh! Bitte! Du musst helfen, Prinz Florian! In die Magmativen gehen merkwürdige Dinge vor sich, seit der Palast eingenommen wurde. Was für merkwürdige Dinge? Tja, das Magma wird heißer und heißer und immer heißer. Und durch die vielen Hitze wuchern die Rampen aus den tiefen Tunnel jetzt überall. Hm, wenn du mich fragst, befinden wir uns in erheblicher Gefahr. Ah, dieser elende Bowser Junior macht wieder nichts als Ärger. Und bestimmt hat er auch den Königsraum bei sich im Palast. Puls, Florian, bitte befreie den Polast und rette die Magma-Tiefen. Hier, nimm auch diesen Wundersamen mit, er soll dir Glück bringen. Danke. Habu. So, den ersten haben wir schon mal. Da haben wir bloß noch 14. Was gibt's da? Oh, Frau Bezeichen. Oh, Suchtrupp wieder. Finde alle versteckten Wundermarken. Wenn du sie alleine nicht findest, züge ich zusammen mit Freunden. Wow, es ist so! Ja, hallo! Oh, okay. Komm mir doch rein. Oh, okay. Ich weiß, wie er da hinkommt. Okay, ich glaube, wir müssen so ziemlich alles nutzen. Kann das sein? Okay. Okay. Okay, das hat nicht funktioniert. Weg, weg, weg. Ich hab ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Tschau. Dafür bin ich jetzt doof. Ganz ehrlich. Was soll der Rotz? Da ist er. Nein. Nein. Machen wir mal Pause. Abzeichentest. Schwebe hochspun. Oh Gott. Springe durch kurzzeitiges Schweben höher als normalerweise. Du kannst es. Du schaffst es. Du kannst 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 es. Ich bin mir verarschen. Ich bin jetzt eigentlich da raufgekommen. Oh Gott, Mario ist im Weg. Das Lummerrutschen da. Muss sein, das wird kein Level momentan. Ciao. Warum schwebt er nicht? Du weißt bestimmt Münzen, oder? Ich komme nicht zu meinem Freund, weil dieser blöde Felsen den Weg blockiert. Normalerweise würde ich ihn einfach zertrümmern, aber im Moment bin ich einfach zu schlapp dafür. Wenn ich doch nur eine Blumenmünze hätte, dann wäre ich schnell wieder fit. Oh, fruchtzig! Das ist mehr Weihwone! Oh ja, ich spüre wie die Kraft in mir blüht. Das habe ich gebraucht. Und jetzt... Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Prinz Florian, wie hast du nur einen Weg durch die Ranken gebahnt. Die wuchern mittlerweile überall. Da hast du völlig recht. Man sieht das Blatt vor Augen nicht mehr. Wir hätten uns fast verlaufen. Was heißt da wir? Die wucherten Ranken überall. Und mit dem Markner stimmt auch etwas nicht. Was ist noch plötzlich los? Aber ich habe etwas gefunden, das sich in den Ranken verfangen hat. Es soll dir gehören. Bitte unternehme doch etwas gegen diesen wucherten Ranken. Wuchern! 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 Na schon! Juhu! Den haben wir uns teuer erkauft. So, aber ich muss vorher noch schnell die Nase putzen. Und schon raus. So, dann steigen wir noch rein. Wim reicht dir jetzt. wird hier vor Tombers. Oh oh! Wuchst du denn? Oh oh! Oh oh! Oh oh! B parity du? Hey, man, man, ja, komm. Ja, genau. Den mögen sie nehm ich mit. Wir waren ein bissl verschwenderisch. Okay. Dann mach's halt du. Soll ich mir auch recht sein. Ich komm trotzdem nicht auf. Bäm, 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 bäm. Soll der runter? Okay. Wow. Ey, was toll der Rotz. What? Wo geht man jetzt die hier? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Die verfolgen mich. Grüne Champignon. Ja. 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 Dominudei! Oh, wie geht die Nubia? Ja. 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 Geh mal vielen Dank. Sicher, dass du nichts übersehen hast? Du, das ist mir ja relativ bummel. Ob ich das aber vergessen habe, oder nicht? Wer noch rein? Du bist ja farbenfroh. Kann man haben einen Pilz, nicht? Wenn man nicht mehr abbumst. Du, 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 du! Danke südlich! Du, du, du! Baseball ist euch ein bisschen nach Hause. Rähr.. Bis zum nächsten Mal.